Sie können in Ilias Ihre Teilnehmer informieren, ohne Ihnen eine E-Mail zukommen zu lassen, und zwar über den Blog Nachrichten eines jeden Kursraumes. Die Informationen aus dem Blog der Kursräume erscheinen auch hier in dem Sammelblog Nachrichten auf dem persönlichen Schreibtisch. Wie erstellt man eine solche Nachricht? Klicken Sie dazu in Ihren Kursraum. Hier sehen Sie Ihren kursbezogenen Nachrichten-Blog und fügen Sie hier einfach eine neue Nachricht hinzu. Gehen wir eine Schlagzeile an. Bitte lesen. Bitte lesen Sie bis zum nächsten. Mal die Seiten 10 bis 15 aus dem Buch das Kapital. Okay, und das Ganze wird gespeichert. Und Sie haben hier nach einer gewissen Zeit die Nachricht in Ihrem Nachrichten-Blog stehen. Ich aktualisiere die Seite mal. So, bitte lesen. Hier ist die Nachricht jetzt zu finden. Durch Klick auf die Nachricht wird der Text nochmal angezeigt. Und Sie sehen ebenfalls diese Information auf dem persönlichen Schreibtisch in Ihrem Nachrichten-Blog. Und diese Information sehen eben auch alle Kursteilnehmer, die diesem Kurs angehören. So, ich glaube, Sie sehen auch wieder. Das erste Mal, ich glaube, Sie sehen euch. Wir sehen uns auch wieder. After das Mal.